Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Fable 2. Wir sind immer noch auf der Suche, oder haben ja eigentlich erst begonnen, Lucians Tagebuch zu finden. Was knuchst du, Wauzi? Gewehrhändler? Hallo? Hallo? Was hast denn du für tolle Sachen? Vom Schadensoutput leider ein Witz. Na gut. Hier schießt doch irgendjemand schon wieder. So, doof oder was? Ihr habt keine Chance gegen uns. Na, mich grad, was denn los hier? Was soll denn das... ...Fresheit? Was hast du denn schon wieder, Wauzi? Das geht doch schon wieder Richtung Brightwood. Oder? Äh... Da lang, okay. Oh. Oh. Leute, ich weiß noch, was hier kommt. Und das ist nicht das kleine Kaninchen, was ihr da seht. Das ist irrelevant. Ich muss mal kurz was schauen. Hm. Was haben wir denn mit dem Tränken noch so... Ich werfe mir mal einen rein. Ja. Den da meinte ich. Ich finde aber, es sieht noch beeindruckend aus als... ...und Vorgängerteil. Ihr seht, die haben so Popelnökel dran. Die muss man wegschießen. Mal gucken, wo der da seinen nächsten hat. Magst du nicht, was? Warte, du brisst deine Pickel weg. Ihr seht, der ist auch bei weitem nicht so herausfordernd, wie sie im Vorgängerteil waren. Armer Hund. Hat's voll abgericht. Ich schmeiß noch nicht so mehr Dreck rum. Vielleicht, wenn das mein Hund macht. Jetzt hat er, glaube ich, noch irgendwo auf dem Rücken einen. Ja. Au. Wie hast du das geschafft? Hör auf, mich hier so rum zu ragdollen. Warte. Sehen wir mich nicht. Da ist er. Da ist der letzte Mökel, da auf der Schulter. Au. Da war mein Zauber doch ein Tuck zu langsam. Aber. Dafür ist er Geschichte. Jaja. Da versinkst vor Scham im Boden, ne? Sehr schön. Anbuddeln wir mal? Na? Wollt grad die Taster nicht so richtig. Na, das läuft doch. Im Buch stehen lauter, merkwürdige Symbole und seltsame Wunen. Ihr könnt das nicht lesen. Hoffen wir mal, dass Theresa das kann. Auch wenn sie blind ist. Gute Arbeit. Aber ohne eine Übersetzung ist es nutzlos. Bring es zurück zur Gilde. Ich sag's doch. Aber... Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich irgendwas... Was hab ich denn eigentlich? Neues an Kleidung, dass mir das hier als Symbol angezeigt wird? Unterkörper. Was haben wir denn da? Ach, ne neue Bettlerhose nochmal bekommen. Naja, das können wir denn alles wieder nach und nach verkaufen. Gagölkarte? Gagölkarte? Das weiß ich sogar, wo das war. Ich geh das bloß mal durch, dass die blöden... Blitzbrille. Ach so. Ach ja, das war ja dieser tolle Endgegner, den ich einmal mit einem Gewehr angeschossen hab. Oder damals war es glaub ich noch eine Pistole. Ja. Und der dann sofort umgekippt ist. Ach ne, wir wollten... Zur Gilde zurück. Machen wir. Lecker Kaffee. Hallo. Das Tagebuch war sicher leicht zu finden. Gib es mir, damit ich es für dich übersetzen kann. Hinten schon. Da ist bloß ein fetter Troll drauf. Das könnt ihr lesen, aber ihr seid doch... ihr wisst schon. Ich sehe in andere Welten. Und in anderen Welten seht ihr? Das verstehe ich nicht. Sch. Sch. Westcliff. Lucien stellt in Westcliff Wachen ein. Ach was. Westcliff ist ein Kaff voller Raufbeute. Da gibt es nur diese... Arena. Der Hexenkessel. Wer dort siegt, ist zwar sehr stark, aber dumm. Lucien stellt die Sieger als Wachen ein. Ihr müsst zum Hexenkessel nach Westcliff gehen. Und dort siegen. Das ist der einzige Weg in den Turm. Die einzige Möglichkeit, Garth zu retten. Endlich passiert was. Wir treffen uns an der Banditenstraße in Brightwood. Den Letzten beißen die Hops. Warte mal. Ich kann halt schneller. Mist. Ich muss doch erst raus aus dem Tempel. Also kommt auch wieder eine Arena in dem Spiel vor. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die aufgebaut war. Jetzt können wir, glaube ich, weiter teleportieren. Lassen Sie bloß nicht zu. Werdamm ich. Nur denn. Gehen wir halt mal ein Stück zu Fuß. Eine schöne Welt. Ich weiß gar nicht, ob ich waffentechnisch für die Arena schon gerüstet bin. Seid ihr... Ne, ihr seid keiner bei mir. Alles cool. Ich habe nichts gesagt. Ist immer noch richtig? Du suchst doch schon wieder irgendwas, oder? Ich will nicht, dass du das lädst. Ich will nicht, dass du das lädst. Ja, weil ich es gerade gesehen habe, die Jobbeschreibung. Bauerstone-Wirtin. Da kann man Bier ausschenken. Tatsächlich. Westcliff. Scheint mal richtig zu sein. Was ist denn hier los? Was gibt es denn hier? Hier ist doch bestimmt noch irgendwas besonderes. Oh Gott. Was ist denn hier los? Verdient und hops. Super Mischung. Eht er ja eh besser. Wenn du hier los waffn. Ich füllere mich. Nachdem ich da vorhin möchte, dass du das anwesst. Ich kann nicht vertreten. Ich kann nicht mehr rein ausmachen. Okay. Ich muss das anwesenden. Was ist denn? Was für ein Apparat ist der unterwegs? Ist er hier jetzt erst? Jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Kügelchen. So, lief doch ja nicht so schlicht. Ich wollte mir ja eigentlich nur in Ruhe den Turm angucken und nicht hier wieder so ein Massengefecht gleich an den Start legen. Hier oben gibt es doch bestimmt was interessantes. Wozu sollen die sonst so einen Turm hier in die Landschaft pflanzen? 5 habe ich glaube ich. Eine Brandverbesserung, das ist cool. Kann ich bloß leider nicht einsetzen. Ich glaube mein Schwert hat keinen Platz mehr dafür. Schauen wir mal schnell. Ne, ist full. Na gut. Aber dann können wir unsere nächste Nahkampfwaffe, die wir bekommen, mit Feuer ausstatten. Oder, 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 oder. Moment mal. Haben die vielleicht auch Slots? Ne, ich glaube die haben sowas auch nie. Muss ich mal drauf achten, wenn ich mir die nächste Fernkampfwaffe kaff. Wo willst du mich hinhaben? Da? Na gut. Naja, Minispiele gibt es auch wieder mehr als genug Leute. Mehr Farbemittel, Färbemittelhändler gibt es hier auch. Na gut. An Ligenküste. Wenn ich mir nach dem Hinterhalt hier aus. Was hast du denn? Was ist denn los? Okay, den haben wir so richtig schön one-hitted. Moment! Hundi, du sollst nicht! Glaube ich hack! Du sollst nicht buddeln! Erstmal hier die Banditen fertig machen, Mensch! Also, es ist soweit. Aber wir können Präzision erhöhen. Jetzt können wir uns damit befassen. Ist kein Thema, mein Freund. Aber du musst mal ein bisschen, wenn das einer macht, zu looten, während der Kampf noch läuft, damit ich das ja... Eine Kette. Naja. Hat sie ja tierisch gelohnt. Ich wollte ja eigentlich nur zu der Dämonentür gucken. Ähm... Achso. Oh... Lauft! Schnell! Raus hier! Hier ist überall Giftgas. Sehr schlecht. Sogar tödlich. Gut, es gibt kein Gas. Aber vielleicht bald. Jeden Moment. Ja, Furunkel. Ja, Furunkel. Blut strebt aus allen Körperöffnungen. Jeden Moment. Verschwindet doch einfach. Hier gibt's nichts für euch. Nur langweiligen, gewöhnlichen, nicht heldenhaften Kram. Wartet mal... Ähm... Da. Giftgas keiner haben. Ich... Noch hier? Oh, bitte! Geh doch einfach! Und sag keinem, dass ich hier bin! Das war's wohl denn doch nicht. Das war's wohl doch nicht. Da überleg ich mir doch was bei der Tür. Weil er was von Giftgas erzählt hatte, ich dachte, er will vielleicht vorziehen. Ist mir richtig... Westcliff, jawoll! Sieht doch echt gut aus. Oh, wenn mein Marker schon wieder weg ist. Und mein Hund gleich noch dazu. Hallo? Wer kommt da? Und was haben wir hier? Nichts? Paar Tumpe Banditen. Was habt ihr denn verdienten? Na, scheiße. Wird Baum reingeschossen. Blöden döden. Ich... Ich... Er rafft's auch nicht. Komm, Herrscher. Mach hier bitte noch Feines. Oh, sehr schön. Den hätte ich gleich benutzen sollen. Egal. Was? Habt ihr euren Schulabschluss nachgeholt? Ich warte hier schon ewig! Gut. Gehen wir. So, dann geht's ab nach Westcliff. Ich würde aber mal sagen, wie ich... Lysiens Aufzeichnungen sind spannend. Sie könnten sehr interessant für dich sein, wenn du Zeit hast. Doch jetzt musst du nach Westcliff. Das sieht nach leichter Kost aus. Ich bin eher für etwas Handfestes. Ach, apropos. Ich hab gedacht, diese Gegend sei voller Banditen. Ich schwör's mal noch rauf. Das wird's wahrscheinlich auch sein. Aber den restlichen Weg nach Westcliff machen wir uns erst... Auf den machen wir uns erst in der nächsten Folge. Ich sag an dieser Stelle wieder danke fürs Zugucken. Hau da rein und bis zur nächsten Folge. Fable 2. Ciao.